Runter mit dir! Guck mal, er sitzt in mir! Der kleine Spack! Alter! Ich bin gleich tot. Weiter geht es mit einer unter Strom gesetzten Folge! Dein kleines Spack! Ich freu mich, dass du auch wieder dabei bist, Junge! Gott, so viele Versprecher, jetzt schon! Ah, ich hab grad nochmal was gefuttert. Ähm, nehmen wir jetzt gerade noch das gleiche... Oder gerade nochmal weiter auf. Ich hab Bock, aber ich musste gerade einfach was essen. So, Leute, in der letzten Folge! Gott, ging's schon wieder krass her! Das scheiß Stromwerk, aber wir haben es zum Glück geschafft. Was ist das denn hier? Ah, wieder so ein Konvoi. Die müssten wir auch mal machen, aber die lohnen sich halt überhaupt nicht, ne? Also so wirklich gar nicht lohnen die sich. Naja, gut. Ich hab keinen Bock, ey. Ihr seht schon, wo es hinführt. Und zwar nicht zu diesem wunderschönen Tower, den wir erklimmen, sondern... Die U-Bahn-Station. Schmierig und biestig. Aber... Guck mal hier! Hier gibt's Trophäen! Trophäen umsonst! Yay! What? Ja, Alter! Was? What? Wow! Alter, lass mich in Ruhe! Oh, die Mistfiecher, ey! Alter, der hat gescheppert! Aber anders! Wo sind die Viecher hin? Abgehauen? Boy! Boah! Die haben ja hier gewütet! Ach, du bist normal! What the fuck? Warte, kann ich dich einsammeln? Ne! Der Mann in der Badewanne! Witzig! Und du hier? Bro? Du siehst auch ganz übel aus! Ganz übel! Okay, versuchen wir's, Leute! Let's go! Rein da! Ich hoffe, wir sind menschliche Gegner! Ich hab überhaupt keinen Bock auf Schattenjäger jetzt! Aber vermutlich... Äh... Okay! Was ist, wenn ich dich da hinwerfe? Und dann... Gönne ich mir hier hinten... Warte, warte, warte! Ich nenne mir noch Mollys mit! Weil ohne Mollys will ich da nicht reingehen! Ich hoffe nur, ich hab genug Material! Ich hab nämlich nicht mehr so viel! Okay, eins! Nett! Das, weil ich auch nur ein Alkohol hab! Was soll der Scheiß? Hauptsache, die Waffe ist stark! Lass mich in Ruhe! Hier! Nein! Ohoho! Der hat gescheppert! Boah, guck mal, wie er noch zuckt da! Mit seinem... Destroyten Kopf! Komm, lass mich hier durch! Ich muss loben und leveln! Wuhu! Yes! Schnell metzeln, bevor ich noch auf die Idee komme, hier anzugreifen! Uff! Okay! Guter Anfang! Konserven! Und viele ungewöhnliche Trophäen! Das ist cool! Mag ich! So, das war's hier, ne? Gut, also, es sind Zombies! Ob die mich bemerken? Okay, das hört sich schon mal gut an! Oh nein! Oh nein! Absolut nicht! Warum brauchst du mal so ewig, um deine Waffe rauszuholen, ey! Uff! Krass! Krass! Da hat mich jemand bei Discord angerufen! Frechheit! Was fällt ihm ein? Okay! 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 Hier warte ich natürlich, und dann schnetzel ich sie hier! Alter! Alter! Herrlich, ey! Ich hab die Beine weg, Ruppe! Guck mal, eben hier auch! Ich fänd's cool, wenn die so noch kriechen könnten! Weißt du? Lass mich bloß in Ruhe! Wow! Tschüss! Ich liebe es, den die Beine wegzuziehen, ey! Könnt ich den ganzen Tag machen! Aber erstmal... Gesundheit gönnen! Große Gönnung! Wir müssen auch unbedingt Medikits herstellen, ne? Boy! Widerlich! Widerlich! Vielleicht können wir hier ein bisschen abkürzen! Ähm, ich guck mal, was ich herstellen kann! Was kann ich hier machen? Den Roundabout! Der wär cool! Komm, den nehm ich mal mit! Obwohl ich hier auch gerne... Das hätte, aber... Nicht schlimm! So, Fertigung! Stell mal her! Ja, 20 klingt gut! 20 ist ne gute Zahl! Ah, okay! Brauchen wir jetzt auch nicht! Ich find die Inhalatoren auch echt gut, muss ich sagen! Ich kann mich noch nicht entscheiden! Aber ich hab gehört, die Inhalatoren sollen später der Shit werden! Ich hab's gehört! Mehr kann ich euch da jetzt auch nicht zusagen! Was ich will, ist aber das Ding hier möglichst friedlich einnehmen! Am besten ohne Schattenjäger oder so'n Mumpitz! Werkzeug! So, zeig mal an, Sigi! Oh oh! Oh no! Leute, wisst ihr, was das ist? Das ist das Schattenjägernest! Von... Vor ein paar Folgen! Das wir ja nicht geschafft haben! Hier sind überall Schattenjäger, Leute! Wir müssen so vorsichtig sein! Schattenjäger sind nicht cool, ja? Nicht cool! Und das sind, glaub ich, Schattenjäger! Ja, das sind Schattenjäger! Die Frage ist, wie krieg ich die Viecher abgelenkt? Ich muss natürlich genau da rein, weißt du? Ich könnte die hier ein bisschen aufs Konzept bringen! Aber das bringt auch nix! Ich könnte sie... Warte! Sprengbolzen, Schnittbolzen, Gift! Warte, ich versuch das mal an einem normalen Zombie! Okay, der bleibt liegen! Gott, ich... Ich will den nicht anschießen, ne? Okay... Das mochte der nicht, ne? Guck mal, wie langsam... Der sich hier auf den Weg macht! Um mich hier zu finden! Und jetzt schnell! Aiden, ne? Wäre fast schon wieder so weit gewesen! Oh, bitte! Komm hier nicht durch! Äh... Ich bin überfragt! Ich brauche... Gefrier, Betäubung, Spreng! Habe ich ihn getötet? Bitte sag ich, ich habe ihn getötet! Komm her mit deinem Fuß! Nein! Geh weg! Boah, die killt echt gut, ne? Leute, wir haben es geschafft! Zwei tote Schattenjäger! Alter! Hätte nie gedacht, dass es so einfach geht! Guck dir das Biest mal an! Der hat keinen Bock! Das sage ich dir direkt! Genauso wie er hier! Alter! Ich habe einen Schattenjäger gerippt! Ist hier noch einer? Ich hoffe nicht, ey! Gut, aber wenn ich einfach hier bin, dann kann ich auch looten, ne? Oh mein Gott! Die Schattenjäger! Wir haben es geschafft! Einfacher als erwartet, muss ich ehrlich sagen! Einfacher als erwartet! Aber wahrscheinlich muss ich noch eine ganz andere Scheiße machen! Gleich durch ein Schattenjäger-Nest laufen oder sowas Tolles, ne? Techland kommt ja immer auf super Ideen! Der gute Mülleimer! Sehr wichtig! Die Gulden sind eigentlich gar nicht mehr so wichtig! Aber ich nehme sie trotzdem immer gerne mit! Habe am Anfang gedacht, wäre Geld, weißt du? Habe ich mich gefreut! Und dann sowas! Mein Glück habe ich mittlerweile so starke Waffen! Ah, Alter! Ah, du rupst die alle nur noch um, ne? Ich liebe es! Aber es hat auch noch nicht so dicke Schlagzeilen geschossen, das Spiel, ne? Ich habe mir echt mehr Hype... Habe ich echt erwartet! Aber nun gut! Weniger Hacker, Modder und Kiddies, die hier irgendwie versuchen, das Spiel zu zerstören! Das finde ich cool! Ich meine, es muss nicht jedes Spiel auch immer komplett durch die Decke gehen, weißt du? Natürlich hätte ich das zuerst aktivieren müssen! Oder... Warte mal! Jetzt muss ich überlegen! Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier unten auskommen! Weißt du? Direkt vorm Schattenjäger, ne? Das wäre jetzt so das Ding! Ja, ich wette mit dir... Ich muss das oben einschalten! Und dann kann ich erst da unten alles einrichten! Versuchen wir das mal! Wir haben einfach zwei Schattenjäger gekillt! Und der andere ist einfach an irgendwas gestorben! Ich weiß nicht mehr an was! Okay! Scheiß auf die Beute! Yes! Wir haben's! Easy! Die U-Bahn-Stationen sind schon echt wichtig! Gerade wenn man hier schnell sich mal hin und her porten will! Ah! Guck mal hier in der Schublade! Drogen! So viele Drogen! Aiden weiß nicht mehr wohin mit sich selbst! Guck mal! Riecht ausgebaut! Riecht hübsch gemacht hier! Mensch! Ein Türmchen noch draufgesetzt! Ja geil! Super Leute! Haben wir! Gott sei Dank haben wir die Armbrüste in der letzten Folge geholt! Das wollte ich auch nochmal gerne machen! Also hier das mal abholen! Und hier oben habe ich auch noch Hemmstoff, was ich abholen könnte! Okay, ich versuche mal hier den Hemmstoff zu finden! Die sind manchmal echt gut versteckt, muss ich sagen! Aber wir werden alles finden! Halt doch einfach die Klappe! Natürlich muss ich jetzt auf den Sack gehen! Okay, das wird so nix! Weg hier! Wow! Ein Glück habe ich den Boost noch gekriegt! Ha! Was willst du jetzt, hä? Loser! Willst du mich verarschen? Halt's Maul, Junge! Runter da! Mit deinem Gesicht! Nicht! Natürlich! Natürlich! Anders, anders kann's ja nicht gehen! Okay, ich versuche mal, verdammt! Ich versuche hier oben, hier irgendwie nach oben zu kommen! Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin! Das fühlt sich alles falsch an! Aber hier bin ich erstmal in Sicherheit! Hier, das kennen wir schon! Weg mit dir! Hier kommen zwei auf einmal! Dein Schädel ist ab! Und deiner auch! Kannst du bestimmt so gut fluchen hier! Voll daneben! Nein! Nein! Yes! Ja, komm schon! Gib auf, Junge! Dankeschön! Wir können ja hier nochmal ein bisschen Points farmen! Ach du Scheiße! Weiter! Durchhacken! Ich bin der hackende Zerhacker! Okay! Und wieder zurück! Ausdauer! Und jetzt geht's weiter! Nein! Nein! Das ist immer so, wenn ich looten will! Das ist doch scheiße! Ach nee! Der Hemmstoff, ey! Toll! Wieder null! Leck mich doch! Was ist das denn? Bogenschießen? Fallensteller-Töte innerhalb des Zeitlimits so viele Infizierte, wie sie können! 75! 75? Klingt einfach! Benutzen Sie den Bogen! Okay! Simpel! Was ist das hier? Kann ich das runterschießen? Yes! Kann ich sogar... What? Alter! Was ist hier los? Gott! Mit Playstations ist das ja scheiße! Wow! Wow! Okay, ich glaube, hier bin ich erst mal sicher! Ich schieße mal alle Laternen runter! 29! Ich schwinge mich! Von Dach zu Dach! Oh nein! Scheiße! Schnell zurück! Hier sind doch unmöglich so viele Zombies! Das Ding kann ich noch runterschießen! Und dann bin ich schon fast hier am Ende! Yes! So! 44 bin ich! Ich könnte ihm da hinten noch auf den Kasten schießen! Und ihm auch! Und den da hinten auch! Boah! Ist das echt schwer hier! Einfach... Kann ich hier einfach so durch? Boah! Okay! 56! Oh! Das ist echt hart! Das ist wirklich hart! Hätte ich nicht gedacht! Aber hat Spaß gemacht! Auf dem PC bockt das wahrscheinlich noch mal eine ganze Ecke mehr! Na, Mister! Ich will handeln! Hast du was? Kann ich irgendwas upgraden? Hä? Irgendwas schmackhaftes? 31 habe ich erst! Hardcore! Aber sowas von... Bauteile! Das nehme ich mit! Danke! Uff! So, gucken wir mal, wie es hier weitergeht! Was soll das denn? Das sieht ja hässlich aus! So, so! Der ist ganz oben auf dem Tower anscheinend! Okay! Ganz oben auf dem Tower komme ich mit klar! Warte, noch ein! Noch ein, noch ein, noch ein! Jetzt! Klemmstoff! Ich komme! Ich werde dich holen! Mein geliebter Hemmstoff! Kabel? Okay! Hier waren wir ja schon! Und jetzt! Jupp! Und nochmal! Jupp! Geschafft! Und der Hemmstoff war hier! Aber da haben wir nichts zu gefunden, ne? Stimmt! Das war ja das, was wir nicht rausgekriegt haben! Was irgendwie komisch war mit dem Datum! Uff! Okay, dann geht das nicht! Dann könnten wir eigentlich schon mal eine Mission machen, ne? Oh, warte mal! Hier, was haben wir hier? Legendären Flüchter? Ach du Scheiße! Muss ich dir besiegen? Bitte nicht! Bitte nicht! Wir könnten in die Quarantänezone! Hier haben wir noch was! Warum ist denn hier Hemmstoff? Ist das ein Laden? Ich geh mal da hin! Ich geh mal da hin! Ich will mal wissen, was das ist! Gucken wir mal! Toll! Ich liebe den Gleitschirm! Gönn dir, Bruder! Verpestete Zombies? Ne, danke! Ich sage nein, danke zu verpesteten Zombies! Juhu! Hemmstoff, der gute Hemmstoff! Der ist so gut, da fange ich an zu singen! Jupp! Genau! Alles klar, ey! Hier, was Interessantes? Okay, tatsächlich, ja! Was seid ihr? Ah! Ihr seid Spucker! Nein! Weg! Boah, die Viecher haben es in sich! Wo sind denn die anderen? Hier ist noch einer? Da oben ist noch einer? Ich könnte hier rein? Den direkt looten? Dann weg hier? Ah, und hier drinnen ist dann wahrscheinlich der Hemmstoff, oder was? Hemmstoff, Hemmstoff! Ja! Okay, wir müssen erst mal hier hoch! Zombies wollen meine Innereien! Ne, Quatsch! Wir müssen hier den Hemmstoff holen! Okay, ich nehme mir den Sperr mal mit! Könnte mehr nützen! Scheiße, ey! Die kommen von überall! Was soll das denn? Nix! Ich will die Dude-Kiste! Okay, das wird nix! Okay! Aiden, runter mit dir! Und jetzt kommt ein Schattenjäger! Äh, was? Ja, Alter! Leck mich doch am Arsch! Toll! Das wollte ich eigentlich anders benutzen! Halt's Maul, Junge! Du auch! Runter mit dir! Guck mal, er sitzt in mir! Der kleine Spack! Alter! Ich bin gleich tot! So, hier durch! Habe ich jetzt Ruhe? Ich will Ruhe! Das Spiel! Das macht mich fertig! Was machst du hier? Warum bist du so strong? Guck ich dir an, ey! Die doofen Drillinge! Oh! Die verfluchten Fünflinge! Warte, warte, warte! Sprengen, Gefrieren! Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Noch ein hinterher! Ja, komm her, Junge! Hau dich auf die Fresse! Ja, dein Bein blutet! Schön, oder? Oh, fuck! Alter, ich, ich gehe hier drauf! Jao! Boah! Alter, was ist da unten los, Gebüßen? Was? Okay, Leute, ich bin fertig für heute! Wir sehen uns sowas von in der nächsten Folge! Ha! Kann der Zukunfts-Doc sich damit beschäftigen? So eine Scheiße mache ich nicht! Habe ich nicht nötig! Hat der Pech gehabt! Muss er eben gucken, wie das läuft! Toll! Wunderschön! Alles klar, Leute! Wir sehen uns in der nächsten verkackten Folge! Gott! Nein! Ich will hier nicht lang! Bleib jetzt hier stehen! So! Oh! Geiles Versteck! Leute! Geheimes Versteck gefunden! Gut! Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute! Ich bin jetzt erstmal durch, ey! Haut rein! Macht's gut! Bis dahin! Und... Good night! And good luck! Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute! Wir sehen uns in der nächsten Folge!